Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist endlich soweit. Es sind die ganzen Achtelfinalpartien gespielt. Ja, hier Belgien, Portugal, da war ich nicht überrascht, obwohl es eine geile Partie war. In meiner unpopular Opinion, ich finde, Belgien hatte bis jetzt die schwierigsten Gegner. Dänemark ist keine Mannschaft, die man einfach mal so klatscht. Portugal ist keine Mannschaft, die man so klatscht. Und mit Italien hat man wieder so einen schweren Gegner. Am Ende wundert man sich wieder, warum gewinnt Belgien keinen Pokal? Ja, Belgien hatte immer sehr viel Pech mit den Gegnern. Dann Italien, Österreich, hier war eigentlich klar, obwohl Österreich gar nicht so schlecht gespielt hat. Verstehe ich nicht. Schweiz gegen Frankreich war ich überrascht. Ultok, überrascht. Kroatien gegen Spanien, da war ich auch. Also, diese Partien waren übelst spannend, finde ich. Ukraine, Schweden, war 50-50-Ding. Ich habe am Ende für Schweden getippt, am Ende war es die Ukraine. Deutschland gegen England, ja, ich habe für Deutschland getippt. Aber irgendwie war es eh schon klar, dass Deutschland rausfliegt. Niederlande, Tschechien, oh, da war ich übelst überrascht. Und hier war ich jetzt nicht so, also überrascht. So, fangen wir an mit Belgien-Italien. Belgien-Italien, ich bin so gespannt, dass am 2. Juli, ich glaube, morgen, hier unten sehe ich das. Bin gespannt. Das ist so ein 50-50-Ding am Ende. Italien. Ich sehe hier keinen Favorit. Für mich ist das inoffizielle, unoffizielle Finale. Wenn einer von den beiden das Spiel gewinnt, wird Europameister, meine Meinung nach. Schweiz gegen Spanien. Boah, ich weiß nicht, ob die Schweiz nochmal überrascht oder Spanien, ja, klar, weiterkommt. Spanien ist hier klar Favorit im Game. Ich gehe trotzdem mit Spanien mit. So, ich möchte ein bisschen realistisch bleiben. Ukraine, England, brauchen wir nicht reden, England. Obwohl, ich propse an alle Ukraine-Player und Fans. Ich finde, dass sie sehr stark spielen. Unglücklich nur Gruppen Dritter geworden. Aber, keine Ahnung. Also, die Spieler können auf sich stolz sein. Ich mag, alle kennen den Trainer von der Ukraine, da brauchen wir gar nicht reden. Aber leider wird im Viertelfinale Schluss sein. Aber ich würde es mir wünschen, dass sie weiterkommen. Weil leider ist England hier viel besser. Tschechien gegen Dänemark. Boah, am Ende sage ich Dänemark. Dänemark wird es machen. Ich habe Real Talk am Anfang gesagt, dass Dänemark ins Halbfinale kommt. Und jetzt ist es Real Talk möglich. Feier ich einfach nur. Italien gegen Spanien. Hier sehe ich Italien als Haushoch- und Favorit. Good Talk. Ich glaube, Italien kommt auch ins Finale. England gegen Dänemark. Ja, ich höre auf mal mit dieser Brille. Ich bleibe mal realistisch. Am Ende kommt England im Finale. Aber, am Ende, falls Dänemark doch im Finale kommt, verweise ich aufs letzte Video zum Achtelfinale. Da habe ich getippt, dass Dänemark im Finale der EM kommt. Ich wollte gerade fast Europa League sagen. Und hier, lustig wäre es England. England ist der einzige Weltmeister, der noch nie die Europameisterschaft gewonnen hat. Ich meine, von den europäischen Nationalmannschaften. Klar, hat Brasilien noch nie die Europameisterschaft gewonnen. Das wäre ein bisschen weird. Italien oder England, wer wird Europameister? Beiner Meinung nach, ganz klar, Italien. Hat er jetzt eingeloggt. So, Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare, wer wird eure Meinung nach Europameister. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Mich würde das sehr gerne interessieren. Das war's für den Video. Bis zum nächsten Mal.